Heute Morgen hier bei uns auf der Couch, zum einen Anastasia Zamponidis, einen schönen guten Morgen nochmal. Wir werden später auch noch über andere Promi-Themen sprechen und Klaus Farin ist bei uns, der ein interessantes Buch geschrieben hat, schon Mitte der 90er Jahre, viele, viele Veröffentlichungen, hat viele Bücher geschrieben, hat über Jugendkultur, Leiter des Archivs für Jugendkultur in Berlin, Gründer des Ganzen, schönen guten Morgen und eben dieses Buch über die bösen Onkels, Buch der Erinnerungen, die Fans der bösen Onkels. Am Donnerstag haben wir hier in der Sendung über das Comeback der Onkels gesprochen, am 20. und 21. Juni, zwei innerhalb von Minuten ausverkaufte Konzerte am Hockenheimring. Und bei diesem Gespräch am Donnerstag, Anastasia, da hast du dich auf eine bestimmte Art und Weise ausgedrückt, über die Fans und die Fans der Band haben unsere Facebook-Seite daraufhin überrannt. Viele haben sich diffamiert gefühlt. Wie siehst du das, was du gesagt hast heute? Äh, zu Recht haben sie sich so gefühlt. Ja. Also ich schließe mich sehr gerne der offiziellen Entschuldigung vom Sat.1 Frühstücksfernsehen auf der Facebook-Seite an. Und ich weiß, dass nicht alle Fans drogenabhängige Alkoholiker gewaltverherrlichende Rechte sind. Das weiß ich aber nicht erst seit heute, seit unser Gast da ist, sondern seit ich mit einer ganz bestimmten Person befreundet bin. Sie ist eine meiner drei besten Freundinnen. Er lacht schon. Sie ist studierte Psychologin, eine sehr erfolgreiche Frau, sehr intelligent, trinkt ab und zu ein Glas Rotwein, das war es aber auch schon, ist Ur-Berlinerin und seit über 20 Jahren Fan. Fakt ist, dass wir niemanden diffamieren wollten und auch niemandem in irgendeiner Form dazu nahe treten wollten. Deshalb haben wir auch Klaus Farin eingeladen, denn keiner in Deutschland kennt sich besser aus mit dem Fantum der bösen Onkels als er. Schön, dass du heute Morgen bei uns bist, Klaus. Wie kann man dieses Fantum beschreiben? Die bösen Onkels, die eine große, große Fanmaße in Deutschland haben, obwohl es sie seit neun Jahren bis jetzt Mitte Januar ja auch als Band gar nicht mehr gab. Die Fans haben einen so besonderen Zusammenhalt. Was steckt dahinter? Also Fans formulieren das ja häufig als Onkels sind keine Bands, sondern ein Lebensstil. Das heißt, die Identifikation zwischen Fans und Bands ist extrem hoch. Wenn man die Band angreift, greift man die Fans an. Das ist ein wichtiger. Das hat man bei kaum einer anderen Band in Deutschland eigentlich diesen Zusammenhalt. Und das hat natürlich viel mit der Bandgeschichte zu tun. Eben 25 Jahre immer dieselben Musiker. Es haben selbst die Rolling Stones nicht geschafft. Eine Band, die auch immer angegriffen wurde. Auch das spielt einen wichtigen Faktor natürlich, dass sie selber immer wieder sozusagen als rechtsextrem beschimpft wurde. Und das schweißt Fans natürlich auch zusammen. Was sie ja nachweislich auch gar nicht sind. Also die Band hat sich ja über Jahrzehnte im Prinzip aus dieser rechten Ecke, in die sie immer wieder gedrängt wird, herausgezogen. Sind die Fans zu Recht sauer? Ja, natürlich. Weil, ich meine, allein wenn man nur mal ganz billig online geht, findet man Dutzende Belege, Beweise dafür. Man findet bei YouTube ein Video, wo Stefan Weidner aufruft, die NPD nicht zu wählen. Es gibt Konzertmitschnitte, wo sie gegen rechte Gewalt angetreten sind. Und Benefits-Aktionen für Flüchtlinge aus Afghanistan, für Kinder in Peru. Es gibt Songs, viele Songs, in denen sich mit auseinandergesetzt haben. Der bekannteste ist wahrscheinlich dieses Deutschland im Herbst, den sie geschrieben haben nach dieser Pogromwelle Anfang der 90er Jahre. Musikalisch eins der schwächsten Songs, muss man natürlich sagen. Aber textlich sehr eindeutig. Also ich sehe braune Scheiße, Kinder töten, deutlicher kann man es nicht formulieren. Das gibt es aber alles. Nur offenbar haben das Journalisten und Journalistinnen bis heute nicht wahrgenommen. Es wird immer wieder, wie letzte Woche in der Sendung einfach behauptet, entweder ist die Band rechts oder die Fans sind rechts. Obwohl es eben dafür keine Anhaltspunkte gibt. Im Gegenteil, tausend Belege. Da ist so ein Autismus einfach auch in unserer Medienbranche da, der die Fans natürlich immer wieder aufs Neue aufbringt. Fast sogar ein Automatismus, muss man sagen. Reflexartig. Journalisten berichten gerne manchmal über Rechtsextremismus. Die meisten haben ja keine Ahnung davon. Und den Namen Böse Onkels hat man sich gemerkt. Eigentlich gibt es ganz andere Bands halt, die kennt man nicht. Und dann wird Komportage immer wieder Böse Onkels oder mal Rammstein oder wer auch immer erwähnt, wo man gerade halt einen Namen braucht. Und recherchiert wird das selten. Beeindruckend, oder mich hat das sehr beeindruckt, ich habe das ja letzte Woche auch noch von außen mitbekommen, ist eben tatsächlich dieser Fanzusammenhalt, der sich auch bei uns auf der Seite dann wieder gespiegelt hat. Ein Wort noch zu Kevin Russell, der Liedsänger der Bösen Onkels, der 2009 einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat und danach zu Fuß Fahrerflucht begonnen hat. Gerichtsverfahren und so weiter, das ist alles entsprechend ja auch gelaufen. Die Fans wiederum, es gab viele empört auch, das was damals passiert ist, aber die Fans wiederum scheinen auch vieles zu verzeihen, zumindest von außen betrachtet. Ist das ein Eindruck, der täuscht? Also, wenn man sich die Fanseiten ansieht im Netz, sieht man eigentlich, dass sehr viele sehr kritisch darauf reagiert haben, also deutlich sich davon distanzieren wollten, aber natürlich, Kevin Russell ist ja das Musterbeispiel für diese Authentizität, die diese Band vertritt. Jemand, der eben, was ich, schlechte Kinder, halt drogenabhängig war, rechts war und, und, und. Und sich, und das ist ja ein Teil der Onkel-Songs, sozusagen aus allem rausgezogen hat. Und das ist eigentlich das, was die Fans und die Band zusammenschweißt, dieses, du kannst dich ändern, wenn du an dich selber glaubst. Also, was Pädagogen immer sagen, Kinder stark machen. Ja, klar. Dieses, also, du kannst dich ändern, glaube an dich selbst, auch wenn die ganze Welt dich nicht mag. Und das macht die besondere Attraktivität, gerade von Kevin Russell aus. Versuch eine Erklärung zumindest für alle diejenigen, die sich mit dem Thema nicht so gut auskennen. Und ich denke, wir haben das hier an der Stelle richtig eingeordnet. Vielen Dank, Klaus Farin, für den Besuch bei uns, den ganzen Morgen noch da. Anastasia genauso. Wir diskutieren gerne weiter auf unserer Facebook-Seite. Ich will das einmal besonders sagen, auch konstruktiv, das würde uns freuen. Und werden da sicherlich noch ein bisschen heute Morgen auch weiter Gelegenheit haben, über die bösen Onkels und dieses besondere Fantum eben auch zu sprechen. Was definitiv nichts mit rechts zu tun hat. Danke.